Sie wollen uns treffen. Oh mein Gott. Beckham, Raul, Ronaldo, Roberto Carlos, Zidane, Harris, Munez. Das ist ein ganz besonderer Tag für diesen jungen Mann, Santiago Munez. Zum ersten Mal seit seinem Wechsel von Newcastle spielt er in der Stammmannschaft von Real Madrid. Geiler Arsch, wow, den will ich haben. Untertitelung des ZDF, 2020